Ein Märchen, so das Motto des diesjährigen Ball des Weins im Wiesbadener Kurhaus. Mit märchenhaften Motiven zelebrierte der Verband Deutscher Prädikatsweingüter wieder ein rauschendes Fest um seine Weine und kulinarische Besonderheiten. Das ist eine große Freude für uns, das ist eine Ehre für uns und wir freuen uns über jeden, der die Einladung zu diesem Ball anbietet. Denn es ist nicht nur ein märchenhafter, ein bezaubernder Abend, es ist natürlich auch eine Hommage um den Deutschen Wein. Moderiert von der Deutschen Weinkönigin Julia Bertram erlebten die Gäste ein breit gefächertes Rahmenprogramm mit beeindruckenden Schattenspielen. Tombola Stimmgewaltigen Musicalstars Spielerischer Weinverkostung Und natürlich Tanz Und wenn sie nicht gestorben sind, dann tanzen sie noch heute. Stimmgewaltigen Musicalstars Untertitelung des ZDF, 2020